Damit der auch vollständig ist. Den haben wir, den haben wir, den haben wir. Creed Amid Shooters. Oh, ich hasse es. Ich hasse es. Vergünstigt der Schlüssel? Nein, aber vergünstigt das Herzchen. Schauen wir mal einer an. Das ist ja eine leichte Ebene. Was? Warum hat der mich getroffen? Mali-Booms. So, komm. Super Bandage. Super Bandage. Auch okay. Auch okay. Perfekt. Nee, das hättest du auch noch geschafft. Das ist aber jetzt echt nicht schwer. Das war so ein easy Start, hast du normalerweise nicht. Das war echt Lack mit den Items. Den haben wir noch. Okay. Den können wir mal außen vor lassen. Hallo. Mr. Gay. Okay. So. Devil Deal. Bitte direkt Krampus. Nein. Elges. Herr Glas. Degas. Okay, noch ein Herzchen. Ist auch in Ordnung. Und ich kann mir was kaufen. Ist doch schön. Rockt. Aber hier ist nix. Speed Upside Down wäre gar nicht so schlecht. Glaube ich mit dem Damage, den ich eh schon habe. Oder halt die Blank-Card mitnehmen, ne? Nein, Game Break habe ich keinen Bock. Das muss nett sein. Ich glaube, ich nehme das hier mit. Das ist sehr nett. Ja. Das gefällt mir ganz gut. Und eine Helferpille. Da oben lag noch ein Herz irgendwo, oder? Ach, da komme ich aber nicht ran. Okay. 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 Zweite Ebene. George, hi. Grüß dich. So. No, not Curse of the Darkness. Nee. Aber ich bin schnell. Das ist gut. Ich halte ein Papier ab. Nimm mal mit. Oh, das ist nett. Danke. Oh, fuck. Blöd. Okay. Da komme ich nicht dran. Hive Mind. Let's keep. Hier ist nichts wirklich Tolles. Hive Mind. Moment, klar. Hoppala. Ja, nicht gleich ins Hintertreffen geraten hier. Fuck. War unnötig. Ach, echt jetzt? So ein Mist. Ach, Gott. So easy. Nicht so easy auf diese zweite Ebene gerade. Was ist nur wegen Curse of the Darkness? Geht mir so auf den Keks, der scheiß Fluch. Scheiß Fluch. Retro-Wischen. Ja gut, das ist Wumpe. Na, da hast du recht. Ja, mit allem drum und dran, ja. Aber du kannst, das reicht, wenn du erst mal das erste Spiel holst. Also das reicht so vollkommen aus. Da hast du so viel zu tun. Ich mach der, das ist dieser Egg Head oder so. Irgendwie heißt das Ding, ne? Das normale kostet, glaube ich, 10 oder so, ne? Oder 12. Der Egg Head hier. Ein Soul Heart. Each time you take damage, Conat has a chance to prevent it from reducing your health. Okay, wie in Faimi. Okay, das ist gar nicht schlecht. Kann man mitnehmen. Kaum eins kaufe ich mir, zur Sicherheit. Hallo, mein Guter. Fuck. War zu langsam. Hä? Wir müssen ja dann abgewichen jetzt hier. So, ich könnte mir für 15 noch was kaufen. Aber ist eigentlich nur Mist. Das könnte böse enden. War ich hier gefasst? Okay, der erste ist tot, der zweite. Aber jetzt habe ich nur noch den Fliege. Das fliege ich hier. Und der spawnt, glaube ich, nur, ne? Fuck. 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 Ein Angel-Deal. Bitte mal was anderes drin, außer Herzen und Münzen. Bitte. Das darf nicht wahr sein. Ich glaube, es ist einfach so gemacht, damit du halt mehr Geld hast. Angel-Deals. Ich meine, das brauche ich mir nicht kaufen. Komm, hier einmal Glück und hier noch Münzen drin oder so. Mein Angel-Deals sind super, ne? Das muss man ja schon sagen. Weil du brauchst eh viel HP. White Champai. Plan C. Da liegt's. Da liegt's. Plan C. Double Shot. Und HP ist auch gut. Und da umliegt Plan C. Ich brauche unbedingt Plan C. Gleich. Ich darf nicht mehr viel HP verlieren jetzt. Und ich habe jetzt kein Buch mehr. Also jetzt schon noch, aber für diese Ebene. Oder nach nimmer. Denn mit Plan C ist der One-Shot. Nein. Da sind drei Stück. Ah, die sind kacke, ey, den zusammen. Gut, das haben wir. Das haben wir. Ich kriege noch ein paar Münzen beim Boss. Das heißt, ich mache jetzt einfach mal herzenvoll. Kriege ich noch zehn Münzen bei den Bossen? Ja, der Void wäre ja auch stark. Und das hier. Ich nehme, glaube ich, das hier und das, wenn ich noch die 30 zusammenbekomme. Greedia. Natürlich. Ja, klar. Na, ich batel rein. Ansonsten steht der so weg. Oh mein Gott. Einen großen Raum ist ja richtig kacke, ne? What? Klar. Ich werde sterben. Wieder so kurz vorm Ziel. Oh Gott, hier ist echt Konzentration angesagt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Sterben bewusst. Oh, danke. Und das hier ist? Two Spades. Okay. 29 Münzen. Nee, oder? Oh mein Gott. Ja, in so einem großen Raum geht das. Ich brauche irgendwo eine Münze. Ich muss gleich hier noch rein. Ich brauche eine Münze. Ich mache jetzt erst aber noch einen Devil Deal. Okay, das ist fair. Nein. Das war echt super, wieder ein Devil Deal. Zack, hier hätte ich... Hahaha, witzig. Hätte ich doch mal den Teufel mitgenommen. Das brauche ich jetzt nicht mitnehmen. Ich glaube, hier werde ich eh nicht. Komm, hier unten noch einen Münzen oder so. Bitte, 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 bitte. Eins. Eins. Nein. Hank Man. Da nehme ich mit raus, die Bombe. Warte, ich war doch Hank Man. Ja, Angel Deals, ja. So, die haben noch eine Chance, da Münzen rauszukriegen oder hier. Ich glaube, hier ist realistischer. Bitte, bitte, bitte. Nein. Scheiße. Ich muss Plan C mitnehmen. Ich darf jetzt nur nicht aus Versehen auf Space drücken, ne? Dann bin ich tot. Nee, da spiele ich jetzt nicht dran rum. Es fehlt eine Münze. Es fehlt eine Münze. Darf nicht wahr sein, oder? Und jetzt kommt der Horrorraum. Jetzt kommt der Horrorraum. Bitte, bitte was Schönes. Und das mit Double Shot. Oh, ein Traum. Wie geil ist das denn? Was ist das denn für ein Run? Da geht's direkt runter. Könnte ich ja eigentlich machen, ne? Nee, ist ja Blödsinn. Das Space Item macht, dass alles im Raum sofort stirbt und nicht drei Sekunden später. Das macht das Space Item. was mir daneben ist. Das ist das. Spiel dann. Das ist sehr. Es geht nicht. Das ist auch. Immer. Es geht nicht. Da ist das. ... Es geht nicht. Und ich kann. Oh, fuck. Okay. Ich brauche eigentlich nichts mehr. Ich kaufe mir HP ab und gut ist. Ich kaufe mir einfach HP-Ups. Okay. Ich will die da drüben eigentlich mal Blatt bekommen. Das ist ein bisschen einfacher. Gut. Angel, bitte. Ich muss allerdings die erste Creed-Phase natürlich schaffen, weil es stirbt halt nur die momentane Form. Deswegen kannst du, glaube ich, auch Delirium nicht killen. Oh, das wäre auch nett, aber da komme ich jetzt nicht mehr ran. So ein bisschen Shut-Speed-Up wäre schon noch ganz gut. Soll ich mir das Öl selber machen? Hat mir jemand da einen gemacht? Nein, ich bestelle mir das. Oder kaufe es im Barbershop. Warum nicht? Könnte ich eigentlich machen. Kann aber HP-Down sein, ne? Das will ich eigentlich gar nicht. Die weiße Spritze, ja. Gut. Guck mal einer an. Ah, kein Schlüssel. Oh, danke. Ja, das war blöd. Gleich mal ein halbes Herzen verloren. Ja, lebt da noch einer? Ja, da lebt noch einer. So eine weiße Spritze will ich nicht. Schon geil, ne? Mit dem Einfrieren. Oh, blöd. Das war selten, der Himmel ist. Das ist ein echt geiler Run bis jetzt. Ja, das kann man so sagen. Oh, viermal. Ich weiß gar nicht, ob ich Ultra-Kreed so einfrieren kann. Dann hätte er natürlich keine Chance. Und kommen noch ein paar Herzen jetzt. Was macht das? Das ist dieser Ring, ne? Um mich rum. Kann das sein? Das war ein After-Birth-Item. Meine ich hier. Circle of Protection. Ja, warum nicht? Ich hab keine Bomben. Okay. Verspätert ein bisschen die Sicht, ne, das Ding? Hm. Hm, hm, hm. Ich bille das Blödsinn. Das brauch ich alles nimmer. Bomben kann ich leider nicht kaufen. Dann nehmen wir es mit im nächsten. Und hoffen, dass es dort irgendwie, ne, ähm, was Gutes gibt. Und zwar blaue Herzchen. Ja. Es gibt blaue Herzchen. Das ist Schatz-Speed-Up, ne? Das ist Schatz-Speed-Up. Gut, jetzt hole ich mir die blauen Herzchen und nett. Das wäre ja unnötig. Weiße sind, äh, weiße. Rote sind ein bisschen einfacher zu bekommen. Und da habt ihr den Circle of Protection gesehen. Nein. Boah, ich schieße aber die ganze Zeit vorbei. Oh, der weiß aus. Das war's schon wieder. Ja, das ist ein Babyphone. War mein Sohn. So, ich hab das nie probiert mit Plan C. Ich hoffe, das funktioniert, so wie ich mir das vorstelle. Aber ich denke mal, bei Ultra-Creed sollte das gehen. Also bei Creed-ier-Creed. Ja, Baba-Gobby, genau. Ach, die zwei Masken war der erste Boss. Okay. Vielleicht gibt's ja nochmal einen Angel-Deal, ne? Hier könnte ich noch ein bisschen Schaden bekommen, wenn ich nicht aufpasse. Okay, der ist schon down. Der auch. Hier unten noch irgendwas. Vielleicht noch ein Angel-Deal. Das wäre super. Nein, es gibt einen Devil-Deal. Mit Krampus wäre auch super. Noch besser. Kann ich mir vielleicht sogar noch ein Item kaufen jetzt, vor dem Endkampf. Sogar zwei noch. Okay, ich guck mal, ob ich hier oben mit einem switchen kann. Nein, leider nicht. Gut, dann nehmen wir natürlich das hier. Haha. Genial. Okay, der Letch-Key ist halt... Aber besser als das hier. Der bringt mir auch gar nichts. Hi, Saru. Nein, nichts mehr. Unser Schnee ist fast weg eigentlich im Moment. Aber es ist noch fast so zwischen minus 1 und plus 1 Grad. Das heißt, wenn was fällt über Nacht, bleibt es wieder liegen. Dann nehmen wir halt das noch mit. Oh ja, nice. Jarrah. Jarrah bringt dir auch gar nichts, ne? Toll. Ich könnte aber noch mal da reingehen. Toll. So, jetzt bin ich gespannt, ob Plan C funktioniert. Jetzt bin ich echt gespannt. Habe ich noch nie gehabt. Wir werden sehen. Aber erst mal soweit kommen, ne? Aber das dürfte mit dem Damage und so, das müsste alles schon passen. Natürlich kriegst du hier schon mal den ersten Stein in den Weg gelegt. Und vier Creeds. Die nehme ich gar nicht mit. In manchen Bereichen zum Beispiel im Wald. Echt? So krass? Ich kann den auch versteinern. Das heißt, den Dicken kann ich dann auch versteinern, ne? Das ist ja großartig. Ich glaube, ich würde es ja gerade so schaffen. Aber ich will das mit Dings Plan C mal probieren einfach. Jetzt tut der Finger für die Drücken weh. Okay. Okay. Das ist ein paar Waffen. Okay. Okay. Jetzt geht's. Da stehst du gut in der Ecke. Komm schon. Stefan Storm, hi. Grüß dich. So, ich bin echt mal jetzt mit dem Plan C gespannt. Das wird so lustig. Oh, das war eng. So, Achtung. Finde ich gespannt. Ich will nicht, dass er versteinert oder so ist. Und? Reicht's? Ja, geil. Das funktioniert. Oh, ich bin tot. Ist das geil. Oh, Mann. Ist das cool. Ist das geil. Also, Plan C holen, Leute. Und dann ist der Creed Mode easy. Oh, Mann. Ops. Hör, hör, hör.